Die Pflanzen brauchen Wetter. Diese Wärme im Februar tut uns eher gut. Für uns bedeutet natürlich Winter ein bisschen Pause. Um 17, 18 Uhr wird es dunkel und dann ist einfach die Feldarbeit. Die Arbeit draußen ist einfach erledigt. Und das ist auch etwas, was eigentlich ein bisschen Lebensqualität ist, sodass wir den Winter auch mögen. Es ist eine Multikulti-Gärtnerei. Also von den Religionen, von den Kulturen her sind hier sehr viele Kulturen vertreten in den letzten 20 Jahren. Es arbeiten Leute bei uns aus Nordindien, aus Afghanistan, aus der Türkei. Manchmal sind auch Leute aus der Schweiz oder aus Österreich. Wir brauchen viele Hände. Wir verwenden eigentlich zu 80, 90 Prozent biologisch angebautes Saatgut. Wir versuchen Sorten auszuwählen, wo wir einfach beeindruckt sind vom Geschmack. Ökologisch produzieren heisst, ein weitgehender Verzicht auf sämtliche synthetisch hergestellte Hilfsmittel. In unserem Anbau müssen viele Sachen auch mit der Hand gemacht werden. Mein ganzes Leben hat eigentlich in dieser Gärtnerei stattgefunden. Als Dreijähriger war ich irgendwo wahrscheinlich auf dem Feld auch manchmal dabei. Auch meiner Familie, meinen Eltern zu zeigen, dass ich eigentlich versuche, den Betrieb weiterzuführen. Das war auf jeden Fall ein wichtiges Ziel von mir, dass sie mit mir zufrieden sind, dass sie sagen, er hat das Recht gemacht. Für uns ist es einfach klar, wir möchten etwas produzieren, was zur Zufriedenheit oder zum Wohlfühlen an jedem Tag helfen kann. Weil es findet einfach jeden Tag statt, das Essen. Wir haben natürlich auch viel mehr Freude bei der Produktion, wenn wir wissen, wir haben bei einem Kopfsalat, wo wir schneiden, nicht zehn verschiedene Pestizide drauf. Es gibt ja auch überall, wird da viel davon gesprochen, von der Verlangsamung, von der Entschleunigung und von den Pflanzen kann man zu diesem Thema viel lernen, weil sie sind sehr langsam. ues outro kein Problem Untertitelung des ZDF, 2020